Hallo zusammen, heute bin ich wieder an der Technischen Hochschule in Hamm. Ich besuche Professor Christian Spurer und wir beschäftigen uns heute mit den theoretischen Grundlagen für die Stabilisation am Bogen. Wie viel Gewicht packt man wann, wohin und welche Auswirkungen hat das? Christian hat da ein paar Sachen vorbereitet, die werden wir uns heute in der Theorie angucken und demnächst dann natürlich auch im Gelände ausprobieren, wenn es rauf und runter geht. Ich bin gespannt, was er für mich hat und nehme euch mit. Bis gleich. Wenn ihr euch für Bogensport interessiert, Tipps und Tricks für Technik und Equipment sucht, dann seid ihr richtig. Mein Name ist Elmar Haueckel, das hier ist Aschway & Outdoors und los geht's mit allem rund um den Bogensport. Wir sind mal wieder an der Technischen Hochschule Hamm. Hallo. Christian, heute wieder so fragt den Professor die Sendung mit der Maus für Bogenschützen. Genau. Nein, ich sagte es eingangs schon draußen auf dem Parkplatz. Stabilisation? Wichtiger Punkt. Ganz wichtiger Punkt. Da wird viel rumexperimentiert und heute geht es um die Grundlagen, was, wie, wo, warum, wie finden wir raus, welche, wie viel Gewicht packen wir wohin und welche Vorteile gibt es, wo wir das Gewicht am Bogen platzieren. Ob wir es jetzt tief platzieren oder halt höher und wie viel, wie lang der Stabil sein soll. Genau. Christian, du wirst das jetzt spezifizieren, ich habe das jetzt nur grob gemacht. Ich hoffe, dass ich das kann. Also welche Auswirkungen hat, welche Stabilisation und worauf können und sollten wir entsprechend dabei achten. Ich habe mal dazu ein paar Bilder mitgebracht. Also man kennt ja die entsprechenden Top-Schützen und man sieht ja durchaus, dass jeder oder viele das gleiche Setup haben, aber es doch eigentlich viele unterschiedliche Sachen gibt. Also wenn wir jetzt hier mal auf die linke Seite gehen, das System Stabilisation ist ja recht unausbalanciert. Das heißt also, der Seitenstabil geht entweder ganz stark raus, der Bogen zieht also zu einer entsprechenden Seite. Hier unten auch. Der Stabil ist zwar abgewinkelt, aber geht auch eher seitlich raus. Das heißt, das System ist sehr unausgeglichen. Es kippt nach vorne und es kippt zur Seite. Ich muss halt mit beiden in beiden Richtungen gegenhalten. In der Mitte eher, was man auch recht häufig sieht, dass der Stabby entweder unten angebracht ist, der kurze oder halt oben am langen Stabby angebracht ist, aber dass die Stabilisation doch in Richtung des Unterarms läuft. Also unsere Bogenhand, der Unterarm, ist dann in genau der gleichen Richtung wie der Stabby oder umgekehrt, der Stabby ist in der gleichen Richtung wie der Unterarm. Und etwas exotisch auf der rechten Seite, dass bei einer Rechtshandschützin der Stabby doch nach rechts rausgeht und damit das System genau andersrum unausbalanciert ist. Das habe ich teilweise auch gesehen. Also ja, es kommt selten vor, aber es kommt durchaus vor. Ja und letztes Jahr habe ich das auf dem Volcano Field Masters bei einem gesehen und dieses Jahr hat das wieder umgedreht gehabt. Also es wird experimentiert. Es ändert sich ja auch immer, je nachdem was ich für Leistungszustand habe, wenn ich also zum Beginn der Saison, also das könnte man vielleicht mal vorne wegnehmen, zu Beginn der Saison, wenn ich gerade aus dem Winter rauskomme und in den Sommer reingehe und ich im Winter vielleicht nicht so viel trainiert habe oder gerade noch nicht so ansteht, wie jetzt letztes Jahr Corona, da kommt man halt aus dem Winter raus in den Sommer und man ist vielleicht auch nicht so im vollen Saft, im vollen Training und schraubt vielleicht ein bisschen was ab von seinen Gewichten am Stabby. Schießt dann erstmal ein bisschen leichter, aber je mehr man halt schießt und wieder in sein normales Pensum reinkommt, desto mehr Gewicht baue ich halt wieder an den Stabby, weil mir irgendwann, je mehr ich trainiere, kommt mir der Bogen halt auch wieder viel zu leicht vor. Okay. Und je weniger ich trainiere, desto weniger Gewicht kann ich auch bewegen oder halt halten, weil irgendwann, wenn ich den Bogen die ganze Zeit halte und trainiere, da fällt mir immer der Arm ab, wenn das Ganze zu schwer wird. Deswegen muss man schon schauen. Vielleicht auch schon ein wichtiger Punkt für Einsteiger oder die jetzt wieder ins Training einsteigen, zu Anfang nicht mit zu viel Gewicht starten, sondern eher angepasst und im Laufe der Zeit mehr Gewicht aufbauen. Genau. Im Grunde kann man ja sagen, wenn man sich die Profis hier anschaut, da haben wir ja also Mike Schlöster hat glaube ich vor und ich weiß nicht, 24, 26, 28 Unzen drauf, Rio Wild hat ja auch irgendwie sowas in dem Dreh drauf. Jede Menge mehr wird der Arm abfallen. Genau, mir eigentlich auch. Deswegen, also je mehr man trainiert, desto mehr Gewicht kann man auch an den Bogen dranschrauben, weil man halt viel geübter ist und das Gewicht halt viel länger über den Tag verteilt, über die ganze Woche verteilt, halt hoch hält. Und je weniger ich trainiere, desto weniger Gewicht kann ich am Stabby halt nur dranschrauben. Ja. Wie viel Gewicht kommt wohin? Das ist die gute Frage. Vielleicht sollten wir uns erstmal kurz darüber austauschen, welche Phasen vom Schuss gibt es und in welcher Phase ist, was am Stabby oder am gesamten Systembogen auch sinnvoll ist. Ja. Also ich habe zuerst das Ganze mal unterteilt, drei Phasen. Die erste Phase ist ja, ich möchte gerne meinen Zielpunkt ins Ziel bringen. Ja. Also ich mache einen langen Weg vom Auszug irgendwie von unten ausgezogen, von oben ausgezogen, je nachdem wo die Scheibe steht, bringen wir da mal einen Bogen rein und das ist der erste Weg schon mal. Ich mache einen großen Weg, um überhaupt in das Ziel zu kommen. Okay. Die zweite Phase ist dann, dass wir auf der Zielscheibe stehen und den Bogen halt möglichst ruhig, also er ist niemals ganz ruhig, weil der Körper ja auch entsprechend immer arbeitet, das Blut fließt, die Lymphbahnen fließen, das Wasser verteilt sich, irgendwo die Organe arbeiten. Das heißt, meinen Zielpin, den möchte ich immer gerne irgendwo möglichst ruhig in kleinen Bewegungen auf einem kleinen Halteraum auf dem Ziel halten. Ja, und die Muskeln sind ja alle antagonistisch aufgebaut. Genau. Hier Bizeps, Trizeps und alles arbeitet gegeneinander und da gleichen sich Spannungen aus im Muskel. Deswegen wird es um einen Punkt schwanken und nie auf einem Punkt stehen bleiben. Es ist einfach, wenn man das probiert, auf einem Bein zu stehen. Man wird immer ein bisschen sich bewegen und im mikromuskulären Bereich das ausgleichen. Genau. Das heißt, der Körper arbeitet immer und deswegen werden wir zwar irgendwo da vielleicht in der Z9, in der 10 oder so stehen, aber niemals auf einem Punkt ganz ruhig und das auch niemals für zwei, drei, vier Sekunden ganz ruhig ohne Bewegung halten können. Ja, viele kennen den Begriff dann Floating und genau das ist damit gemeint. Genau. So, und die dritte Phase ist dann die Phase nach dem Schuss. Das Ganze, der Bogen vibriert vielleicht ein bisschen der Tritt oder Schläge, wie man das Ganze so sagen möchte. Gibt Feedback, hört sich viel besser an. Gibt Feedback, kann man auch so nennen. Und dann wäre es im Grunde der dritten Phase, die Schwingungen vom Bogen zu dämpfen, wenn man das denn gerne möchte. Die wichtigste Phase ist die Phase 2. Ich möchte also in der ersten Phase, soll der Bogen ja möglichst schnell ins Ziel kommen und danach in der Phase 2 soll der Bogen schnell zur Ruhe kommen. Ich muss das Gewicht also so halten können, dass ich schnell von einer langen Bewegung ins Ziel komme und dann innerhalb von zwei, drei Sekunden den Bogen ruhig halten kann und dann nochmal für drei, vier, fünf, sechs Sekunden bis der Schuss halt bricht auch wirklich ruhig dabei stehe. Weil alles länger kostet Kraft. Alles länger kostet Kraft. Und die dritte Phase, muss ich jetzt dabei sagen, hat ja für den Schuss selber keine Auswirkungen mehr. Weil wenn ich geschossen habe, der Schuss ist gebrochen, der Pfeil fliegt und das Feedback des Bogens, das Feedback des Bogens nehme ich ja erst dann wahr, wenn der Pfeil schon längst auf seinem Weg zur Zielscheibe ist. Deswegen muss man da jetzt differenzieren. Also ich kann, Schwingungsdämpfung kann man ganz salopp in zwei Möglichkeiten aufteilen. Entweder viel Masse beruhigt, also je mehr Masse ich dran habe, desto weniger schwingt mein System. Oder das Ganze mit irgendwelchen dämpfenden Elementen, Gummidämpfer, die man irgendwie haben kann. Was zum Beispiel, was man halt auch vorne auf dem Stabisch schwingen kann. Genau, was halt im Grunde mitschwingt, was mitschwingen kann mit der entsprechenden Schwingung vom Bogen, vom Schuss und diese dann entsprechend kompensiert. Gleichzeitig muss ich dabei sagen, je mehr Elemente ich am Bogen habe, je mehr Gummielemente ich habe, die ich schwingen können, beeinflussen die natürlich auch, je nachdem wie hart oder wie weich diese mitschwingen, mein entsprechendes Ruhighalten auf der Zielscheibe. Also wir haben ja da zum Beispiel noch diesen einen Monostabi. Das wäre so ein kleines plakatives Beispiel. Ich habe ja vor, da haben wir ja einen Gummidämpfer dran. Ich komme mal in die Kamera. Wenn man es hier so sieht, also der ist doch relativ weich und schwingt auch viel mit. Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, wir haben da jetzt viel Gewicht dran, dann knickt der ja meistens ab und hängt dann da irgendwie so vorne runter, was man so sagen kann. Und wenn ich jetzt dieses ganze System bewege mit so viel Gewicht daran und das ins Ziel bringe, schwingt das Ganze natürlich so ein bisschen nach und ich muss das erstmal abwarten, bis diese Masse, dieses Schwingende da vorne sich irgendwie beruhigt. Und dann kann ich erstmal einen Bogen auch ruhig halten. Deswegen sind diese ganzen Elemente, die man da mit dran baut, muss man beachten, wie gut schwingen die, wie weniger gut schwingen die und wie schnell wird das Ganze halt beruhigt. Deswegen spielt für mich eigentlich die dritte Phase keine Rolle beim Schuss. Es ist relativ egal, wie viel Feedback der Bogen gibt. Wichtig ist halt für mich, dass die zweite Phase möglichst ruhig abläuft und ich den Bogen auch wirklich ruhig halten kann. Das ist das Wichtigste dabei. Ja. So, dazu eigentlich Stabilisation, Bogen ruhig halten. Brauchen wir mal als physikalische Größe erstmal den Schwerpunkt. Was ist eigentlich der Schwerpunkt ganz physikalisch betrachtet? Und das haben wir hier oben mal. Also der Schwerpunkt ist der Punkt eines Körpers, weil wir die gesamte Masse des gesamten Körpers, des gesamten Systems Bogen mit allem zusammen auf einen Punkt, auf den Schwerpunkt reduzieren wollen. Und wir wollen jetzt nur diesen einen Punkt mal betrachten. Und dann ist dieser Punkt, dieses Körpers also derjenige, durch den in jeder beliebigen Lage, egal wie ich den Körper halt halte, durch jede beliebigen Lage, die Wirkungslinie der Gewichtskraft hindurch geht. Klingt jetzt ein bisschen physikalisch, klingt auch ein bisschen theoretisch. Ist auch so, aber... Ist auch so. Wir können das Ganze gleich mal an einem Beispiel verdeutlichen. Ja. Also wie finde ich jetzt eigentlich für meinen Bogen den Punkt heraus, wo ist eigentlich die Gesamtmasse des Bogens in einem Ort konzentriert gedacht? Ja. So, dazu nehmt euch mal irgendwie einen Haken her und hängt den Bogen einfach mal an diesem Haken auf. Dann habt ihr, dass der Bogen sich, ich mach das mal kurz vor hier, hängt den oben am Käm auf und dann balanciert er sich entsprechend in einer bestimmten Lage aus. Und von dieser Lage, die ich jetzt hier habe, ziehe ich im Grunde einmal die Lotrechte nach unten von meinem Aufhängepunkt. Also von hier oben im Grunde einmal runtergedacht und dann sieht man so ein bisschen, was man hoffentlich erkennen kann, dass die Lotrechte jetzt hier ungefähr so auf das Griffstück ungefähr trifft. Das wäre der erste Punkt. Also den Bogen irgendwo aufhängen, am Kämen, am Wurfabend, am Mittelteil, wo ihr auch immer wollt. Und dann im zweiten Schritt hängt ihr den Bogen an einem anderen Punkt auf. Jetzt machen wir es hier zum Beispiel mal für den Compoundbogen am Loop. Das heißt auch hier balanciert sich der Bogen entsprechend aus. Und wenn wir dann da auch die Lotrechte fällen wollen, dann ist genau im Schnittpunkt dieser beiden Lotrechten auf der rechten Seite zu sehen, dass sich dort dieser Schwerpunkt ergibt. Also einfach Experiment, wie finde ich meinen Schwerpunkt am einfachsten heraus. Und für das Beispiel hier ergibt sich dann, wenn man die Lotrechte hier runterzieht, dass der Schwerpunkt so ungefähr hier in der Mitte des Griffstücks sich befindet, von der Lotrechten vom Käm runtergezogen. Also irgendwie ungefähr hier so. Genau. Also im Grunde da, wo ich auch den Bogen hinterher genau reindrücke, wo ich das Gewicht nach vorne befähigen möchte in Richtung Scheibe. Also von daher könnt ihr das Ganze relativ schnell auf einfache Weise herausfinden. Sollte er da liegen oder kann er da liegen? Das ist eine gute Frage, die möchten wir jetzt gerne mal im Laufe der Zeit beantworten. Aber kurz dazu noch. Wir haben jetzt gerade die Anordnungen gesehen, was so die Profis machen und was man auch entsprechend auf Turnieren erkennt. Ich habe jetzt mal das Ganze so ein bisschen exemplarisch dargestellt. Also wir haben die Masse des Frontstabis vorne angeordnet, die Gesamtmasse des Heckstabis hinten angeordnet und darauf finden wir dann, wenn wir alles am Bogen dran bauen, wie Sie, habe ich es mal weggelassen in der Zeichnung, aber wir bauen alles mal dran. Und dann befindet sich mein Schwerpunkt da, wo wir es gerade gesehen haben, so in der Mitte des Griffstücks. Wenn ich jetzt meine Stabilisation anders anordne, das heißt, wenn ich jetzt meinen Heckstabi nach unten setze, was passiert mit dem Schwerpunkt? Der wandert im Griffstück massiv in Relation immer zum Gesamtgewicht und zu dem, wie viel habe ich hinten drauf, wie viel habe ich vorne drauf, wandert mein Schwerpunkt entsprechend nach unten. Also hier, wenn ich Ausgangsschwerpunkt habe, wandert der so ziemlich an die untere Kante von meinem Griffstück, vielleicht noch ein bisschen tiefer. Anders dagegen, wenn ich jetzt nur den Frontstabi etwas einknicke, wie wir es jetzt bei Elmers Bogen haben es halt, dass der Stabi relativ fast gerade ist, aber doch leicht abknickt. 6 Grad macht der. Bei dem Bogen hier haben es entsprechend, da sind es im Grunde 10 Grad, ist ein bisschen anders angeordnet. Von daher kann man auch da sagen, der Schwerpunkt wandert auch in diesem Fall etwas nach unten, aber nicht so viel, weil halt das Gesamtgewicht von dem Frontstabi, was dran ist, ist halt geringer als von dem Heckstabi. Deswegen auch da, Schwerpunkt geht nach unten, aber nicht ganz so viel. Ja und das Resultierende aus beiden Sachen zusammen, was wir gerade bei Elmers Bogen gesehen haben. Frontstabi ist nach unten geknickt, Heckstabi hängt unten. Bei mir im Grunde ist der Heckstabi oben angeordnet. Das wäre das Bild oben rechts im Vergleich dazu. Auch hier, wenn ich beide Sachen mache, wandert der Schwerpunkt sehr stark nach unten. Und jetzt zur Beantwortung der eigentlichen Frage, wo sollte der Schwerpunkt des Bogens im Grunde liegen? Physikalisch betrachtet gibt es drei Möglichkeiten. Ich greife ins Griffstück und mein Schwerpunkt liegt unterhalb meines Griffstücks. Wenn wir jetzt mal den Stabi hernehmen. Ich sag mal, der Stabi ist jetzt mein Bogen und der Schwerpunkt des Bogens ist da, wo das Gewicht hier unten angebracht ist. So und wenn jetzt ich im Anker stehe und den Bogen dann beim Schuss entsprechend nach vorne bewege und nach hinten ziehe, weil es dynamisch halt abläuft. Der Schwerpunkt unterhalb ist, was passiert, wenn ich drücke? Ich drücke quasi, dass der Bogen mehr nach vorne unten kippt. Weil mein Schwerpunkt ist unten und dann die Massenträgheit des Schwerpunktes ist halt vorhanden und ich drücke das Ganze nach vorne. Also kippt der Bogen entsprechend nach vorne weg. Auf der anderen Seite, wenn ich den Schwerpunkt zu hoch habe, kann man sich wieder vorstellen, was passiert. Ich drücke nach vorne und der Bogen kippt nach oben weg. Das heißt, immer wenn ich hoch schüsse, genau, der kippt zu mir und stehe ich mir dann auf den Kopf irgendwann, wenn ich Pech habe. Also kann man schon so ein bisschen erkennen, wenn ich immer, wenn der Bogen nach vorne kippt, dann fehlt mir im Grunde vorne Gewicht oder anders ausgedrückt der Schwerpunkt ist eigentlich zu hoch in Relation, wo ich eigentlich genau hin drücke in meinen Mittelteilen. Das beste Resultat ergibt sich dann eigentlich daraus, dass ich genau die Hand dort habe, wo der Schwerpunkt sich befindet und ich genau in den Schwerpunkt rein drücke, weil dann der gesamte Bogen sich halt nach vorne oder nach hinten bewegt, je nachdem, wo ich hinhaben möchte. Aber es findet kein Kippen mehr statt, dass der hoch oder ich Tiefschüsse habe dabei. Deswegen ist es theoretisch am besten, wenn der Schwerpunkt auch da liegt, wo ich meine Hand im Griffstück platziere. Ganz physikalisch neutral betrachtet. Ja, man sieht jetzt aber viele, die machen es halt anders. Sehr viele. Das kommt dir mal drauf an. Das kommt dir mal drauf an. Bei den Top-Schützen ganz unten, ganz oben zur Seite raus. Also alles sehr unausgewogene Systeme. Würde ich nicht so sagen. Oder die sind ausgewogen persönlich, individuell abgestimmt. Sind auf jeden Fall individuell abgestimmt. Wenn wir nochmal kurz zurückgehen zu diesem Bild hier. Also es ist sicher die Frage, wo ist mein, wie ist mein Bogen überhaupt in seiner Geometrie? Und wie schwer mache ich meine Stabilisation? Vielleicht mag ich es gerne, dass beide Stabilis horizontal stehen. Oder ich mag es halt, wenn der vordere nach unten abgeknickt ist und der hintere horizontal steht. Und je nachdem, wie viel Gewicht ich da dran habe, kann der Schwerpunkt ja bei dieser Anordnung in der Mitte des Griffstücks liegen. Aber er kann ja auch je nach Bogengeometrie auch bei dieser Anordnung der Stabilisation auch durchaus da liegen, wo ich meine Hand platziere. Deswegen einfach nachmessen mit der Methode, mit der Zweipunktmethode. Ermittelt euren Schwerpunkt und verändert den vielleicht und passt den an. Natürlich denke ich, man sollte, wenn man eine Veränderung macht, sich ein bisschen Zeit geben, daran zu gewöhnen. Nicht nur einfach die Stabilis jetzt hochsetzen, zwei Schuss machen und sagen, nee, gefällt mir nicht, weglegen. Das funktioniert eher nicht. Da braucht man schon mal eher zwei Wochen, um sich vielleicht wohlzufühlen, wenn nicht sogar mehr. Mindestens, ja. Also sechs Wochen, denke ich, braucht man eigentlich, um ein verlässliches Urteil fällen zu können. Also aus der Sportwissenschaft kennt man es eigentlich, Muskelgedächtnis und Wiederholungen und so weiter. Also der Muskel kennt eine neue Bewegung, wenn er diese Bewegung mindestens 1000 Mal durchgespielt hat. Ja, genau. So, und wenn ich am Bogen was verändere, dann habe ich ja nicht beim Schießen auf einmal eine andere Bewegung, aber ich habe ein anderes Gefühl, wie ich jetzt den Bogen halten muss und wie sich das Gewicht auf meinen Arm und auf meinen Körper verteilt. Ja, richtig. Und wie gesagt, es ist jetzt nur theoretisch der Schwerpunkt, Anhaltswert, der Schwerpunkt sollte im Mittelteil liegen, genau da, wo ich halt reindrücke, damit ich nicht das nach oben kippen oder das nach unten kippen des Bogens nach dem Schussablauf habe. Aber wer uns jetzt nicht so stört oder wer es gerne mag, dass der Bogen mehr nach oben kippt oder nach unten kippt, der kann den Schwerpunkt auch entsprechend anders anhören. Es ist ja wie gesagt eine ganz individuelle Gestaltung, wie man das denn so macht, aber es gibt jetzt nichts Falsches oder Richtiges dabei. Wir wollen es jetzt nur einmal physikalisch betrachten, wo haben wir die wenigsten Bewegungen und was wäre eigentlich am theoretisch günstigsten dabei? Ja, die Relation Schwerpunkt und Drehpunkt ergibt sich dann auch aus der Konstruktion des Bogens, denke ich. Genau. Manche Bogen, also ist hier die Frage, wo ist die Mitte des Bogens, wo geht der Fall durch? Bei manchen Bögen geht der Fall durch die Mitte des Bogens, bei manchen Bögen ist die Mitte des Bogens genau da, wo ich die Hand anlege, im Griffstück, das ist halt sehr individuell. Und deswegen können auch die entsprechende, die Anlautung, die Stabilisation auch sehr anders sich darstellen hinterher. Also da gibt es kein System, was für alles gleichmäßig gültig ist, sondern man muss wirklich sehen, dass es auf den Schützen und dem Bogen abgestimmt ist. Genau. Wir wollen jetzt wirklich nur in der zweiten Phase bleiben, also keine Schwingungsdämpfung mit reinbringen, keine erste Phase betrachten. Nur die zweite Phase, wie kann ich den Bogen am besten ruhig halten und was ist dafür eigentlich wichtig zu wissen für meine Stabilisation? Der erste Punkt, das Gesamtgewicht. Also mein Bogen mit allen Anbauteilen, mit allen Gewichtsscheiben vom Stabi dran. Ich sollte das Ganze bewältigen können, wenn es zu schwer ist und ich damit nur 10 Schuss machen kann, weil mir der an die Schulter abfällt, macht keinen Sinn. Aber es macht auch keinen Sinn, das Ganze zu leicht zu haben, weil ich dann viel mehr Bewegung bekomme. Also mehr Masse bringt mehr Stabilität oder mehr Ruhe in das gesamte System, aber mehr Masse führt auch wieder zu schnellerer Muskelermüdung. Deswegen sollte das immer gut handelbar sein, dass ich auch durchaus 150 Schuss machen kann nacheinander, ohne dass meine Schulter dann irgendwie Schmerzen hat oder dass das ganze System so anfängt, unruhig zu werden, zu wackeln. Da habe ich halt zu viel Gewicht drauf. Also Relationen, sagen wir mal 150 Schuss, sollten durchaus im Training möglich sein, ohne dass da irgendwas an großartiger Ermüdung vorhanden ist. Richtig. Dieses Floating kann man ja dann übers Training sichtbar machen, zum Beispiel mit diesem Mantis X8 Tool. Da kann man dann über den Zeitablauf sehen, zu Anfang ist das Floating dann in dem Bereich und wenn es dann nach 100 Schuss schon ins Rote geht, dann sollte man vielleicht an seiner Form arbeiten, wie der junge Mann da. Genau, mal ins Fitnessstudio gehen. Also wie gesagt, erster Punkt, Gesamtgewicht ist entscheidend. So, der zweite Punkt neben dem Gesamtgewicht ist dann, was wir gerade schon hatten, die Drehwirkung, also das Moment der Stabilisation auf das Gesamtsystembogen, was sich da ausgeht. Physikalische Formeln, Moment ist im Grunde Masse mal Hebelarm, also mal Länge L, die wir haben. Und hier nochmal als Darstellung, wenn wir jetzt den Hebelarm L, die Masse M haben, können wir uns das Ganze ausrechnen, wie viel Moment wirkt eigentlich dann auf diesen Punkt A, also die Drehwirkung in Bezug auf den Punkt A, können wir dann mit der entsprechenden Gleichung einmal ausrechnen. Jetzt habe ich das mal gemacht. Als Beispiel nehmen wir jetzt mal einen 6 Zoll Stabi. Der Stabi wiegt an sich 4 Unzen, also 101 Gramm. Wir haben 15 Unzen dran gebaut vorne und diese Kombination, also der Schwerpunkt des Stabis ist bei 6 Zoll. Wenn ich 12 Zoll Stabi Länge habe, ist der Schwerpunkt in der Regel immer in der Mitte des Körpers zu finden, da wo man den Körper ausbalancieren kann. Deswegen in der Rechnung dann 6 Zoll Länge und der Schwerpunkt des Gewichtes vorne ist halt die Stabi Länge plus die Mitte des Gewichtsstapels, den ich vorne dran baue. Deswegen auch hier nochmal visualisiert das Ganze, wie man das ausrechnen sollte von den Maßen her, um halt da auf diesen Wert des Momentes zu kommen, was wir haben wollen. In die Formel eingesetzt, aufsummiert, kommen wir jetzt mal in diesem Beispiel, nur ganz plakativ, auf einen Wert von 219 Zoll Unzen. Eigentlich sollte da Newtonmeter stehen, aber da wir es im englischen System haben, Zoll und Unzen, ist es nicht Newtonmeter, sondern halt entsprechend Zoll Unzen und von mir aus auch Unzenzoll, wie man das Ganze darstellen möchte. Dazu nochmal gesagt, es ändert sich natürlich, je nachdem wie schwer mein Stabi selber ist. Und je nachdem, wie viel Gewichtsscheiben ich vorne dran mache. Also wenn ich jetzt ein sehr schweres Rohr habe, oder einen sehr schweren Stabilisator habe, wandert der Schwerpunkt mehr etwas in Richtung Stabi Mitte. Je leichter das Rohr ist, desto mehr wandert der Schwerpunkt halt nach außen in Richtung Mitte des Gewichtsstapels. Wir sollten, sehen wir gleich noch, nämlich mal kurz vorweg, sehen wir gleich noch, besser ist es, wenn der Schwerpunkt so weit wie möglich weg vom Bogen ist. Also je weit wie möglich in Richtung der Gewichtsscheiben liegt und weniger zum Richtung Bogen geartet ist. Okay. Warum, sehen wir gleich noch. Also von daher, Gesamtgewicht und Moment. Der dritte wichtige Punkt, den wir haben, ist dann die Massenträgheit. Kann man sich ja darunter vorstellen, also habe ich eine große Masse, diese große Masse ist sehr träge. Ich muss viel Energie in diese Masse reinbringen, um diese große Masse zu bewegen. Bei einer recht kleinen Masse brauche ich nicht viel Energie. Also einen Fußball kann ich relativ einfach wegtreten, der hat eine kleine Massenträgheit. Eine Bowlingkugel mit der gleichen Kraft zu treten, tut eher meinen Fuß weh, als dass die Kugel irgendwie... Oder ein Medizinball, ne? Oder ein Medizinball, also tut eher meinen Fuß weh, als dass ich diese Masse der Bowlingkugel oder das Medizinball irgendwie bewegen könnte. Deswegen ist der dritte wichtige Faktor das Massenträgheitsmoment eines Körpers oder halt meiner Stabilisation. Und hier die physikalische Formel dabei, Masse mal Länge zum Quadrat. Und hier sehen wir eigentlich schon, dass die Länge eigentlich eine große Rolle spielt. Im Moment geht die Länge einfach ein, in der Massenträgheit geht die Länge zum Quadrat ein. Das heißt also, der gleiche Stabi mit einer vergleichbaren Länge hat halt schon eine Länge zum Quadrat, eine viel größere Trägheit, die ich habe. Und wenn ich die Stabi-Länge verdopple, dann hätte ich zwar nur das doppelte Moment, aber 2 auf 2 ergibt halt 4. Das ist vierfache Massenträgheitsmoment dabei. Das ist doch eine Menge Holz. Also von daher, Länge ist quasi entscheidend. Ja. Wie man das so sagen möchte. Und zwar für die Phase 2, wo das Floating im Ziel ruhig sein soll. Genau, Phase 2, Floating soll ruhig sein. Ich möchte ja gerne viel Massenträgheit haben. Ich will ja eher die Bowlingkugel halten, weil ich diese mit einer größeren Trägheit habe. Die bewegt sich relativ langsam aus der Mitte raus. Ja, genau. Als den leichten Fußball, den ich zwar lange halten kann, aber der doch eher irgendwie zittert, weil der nur eine kleine Massenträgheit hat. Und wenn da ein bisschen Wind kommt oder ich irgendwie ein bisschen mehr zittere, ist das Ganze schon weg. Und ich bin aus dem Ziel raus. Deswegen Massenträgheit, dritter Punkt. So, und jetzt machen wir das Ganze mal an einem kleinen Beispiel. Also wir haben ja gerade schon ausgerechnet, der 12 Zoll Stabi ist jetzt so ein bisschen... Der typische Jagdstabi, ne? Genau, der typische Jagdstabi. So bei viel Gewicht vorne dran, kurzer Stabi, 12 Zoll, 15 Unzen. Kommen wir auf unser Moment von 219, vom Wert jetzt her. Okay. Und dazu gehöre ich das Massenträgheitsmoment von der Zahl her, 2679 Zoll Quadrat Unzen oder Unzen Zoll Quadrat. Lassen wir erstmal nur die Zahl als solches mal da stehen. Jetzt gehen wir mit der Stabilisation von dem kleinen kurzen Jagdstabi mal auf einen normalen langen Monostabi, den man halt beim Feldbogen oder auch bei der Olympischen Runde halt genau sieht. Und wir wollen jetzt gerne herausfinden, dass wir das gleiche Moment haben, also die gleiche Wirkung des Stabis auf den Bogen. Also die Kopflastigkeit soll vorhanden sein. 219 heißt, der Bogen ist ja kopflastig, wenn ich nur den Frontstabi drauf habe. Und dieses Moment, was sich damit ergibt, möchte ich gerne beibehalten. Das heißt, ich habe jetzt hier mal einen 32 Zoll Stabi als Beispiel genommen. Der wiegt jetzt nicht mehr 4, sondern jetzt wiegt er 7 Unzen, weil er halt länger ist. Und um das gesamte oder das gleiche Moment auf den Bogen zu haben, brauche ich hier nur noch 3,3 Unzen bei einem 32 Zoll Stabi. Gegenüber den 15 Unzen bei dem 12er. Genau, hier war es 15 Unzen auf 12 Zoll im Vergleich zu 3,3 Unzen auf 32 Zoll. Ich habe das gleiche Moment vorhanden, aber... Der braucht fast das Fünffache, der kurze. Genau, der braucht fast vom Gewicht her das Fünffache. Aber aufgrund dieser größeren Länge habe ich halt eine Massenträgheit, die fast doppelt so groß ist. Das heißt also, kann man sich das auch vorstellen, wenn ich also... Wenn ich also von meinem kurzen Stabi komme, der hat einen Moment, hat eine Massenträgheit. Und den halte ich jetzt im Ziel. Und im Vergleich dazu, wenn ich einen fast doppelt so langen Stabi hernehme, kann ich ja den doppelt so langen Stabi mit weniger Gewicht ruhiger halten, obwohl meine Hand hier, die Drehmomentwirkung in der Hand, die gleiche darstellt. Ja. Desto anfälliger ist es wieder für entsprechende Wackler oder Wind oder was auch immer. Also das System hat mehr Gesamtgewicht, aber auch eine geringere Massenträgheit. Und im Grunde wollen wir so das Optimum aus beidem haben. Wir wollen ja ein... Die eierlegende Wollmilchsau. Genau. Wir wollen ja ein Gesamtsystem haben, was recht ausreichend schwer ist, um genug Massenträgheit in dem Gesamtsystem hervorzurufen. Und wir wollen aber auch eine Stabilisation haben, die eine große Massenträgheit hat, weil ja der Frontstabi durchaus im Ziel stehen bleiben soll. Und wenn mein Stabi vorne im Ziel stehen bleibt, dann kann ich ja auch meinen Bogen, meinen Zielpin besser im Ziel halten. Ja, es wird ruhiger. Genau, es wird beides im Grunde ruhiger dabei. Ja. Und jetzt kommen wir mal zum entsprechenden Back-Hoch-Berg-Runterschießen, weil wir bisher nur die Ebene betrachtet haben. Aber es ist ja sinnvoll mal zu gucken, was auch beim Back-Hoch- und Back-Runterschießen funktionieren kann oder auch funktionieren soll. Ja. Nicht für alle wichtig, aber Feldbogen gehört natürlich dazu, deswegen Winkelschüsse dabei zu haben. Wie sind eigentlich die Auswirkungen, wenn ich meine Stabilisation jetzt ausgewählt habe? Das Gewicht habe. Was passiert denn, wenn ich Back-Hoch- und Back-Runterschieße damit? Genau. Feldbogen 3D gilt es natürlich genauso. Ich höre oft von Trainingskollegen, ach, hier auf der Einschießwiese klappt das alles so wunderbar. Und wenn sie dann ins Gelände gehen, warum klappt das nicht mehr? Da kommt dann das große Fragezeichen hier in den Augen und jeder wundert sich. Vielleicht kriegen wir heute dann ein paar Antworten dazu. Ich hoffe, dass ich die liefern kann. Ja. Schauen wir mal. Also, wir haben wieder unser Beispiel, unser Beispielbogen. Ich habe jetzt hier mal genommen, 36 Zoll soll das Gesamtgewicht vorne vom Bogen weg sein. Also sehr langer Stabi mit entsprechend 10 Unzen Gewicht dran. Hinten 16 Zoll mit 18 Unzen dran. Also durchaus schon ordentlich schweres Gewicht, was wir haben. Das ist viel, ja. Auch eine große Länge für den Heckstabi. Habe ich auch schon mal so geschossen? Echt? Moment des Frontstabys, 360. Ich lasse mal die Einheiten einfach weg, nur die Zahlen dabei. Moment des Heckstabys, 288. Und in Summe aus beidem, weil der eine ja nach vorne dreht, der andere dreht nach hinten, habe ich jetzt 72 Zoll Unzen an Gesamtgewicht. Das heißt, das positive Vorzeichen zeigt, der Bogen ist halt etwas kopflastig. So leicht dabei. Das ist jetzt erstmal unser Ausgangs-Setup, was wir haben. Jetzt sehen wir als Beispiel mal einen 30-Grad-Schuss berghoch. Ist jetzt nicht überall zu finden. Ich weiß, ist ein bisschen extrem. Wenn man mal an die damalige Pro-Serie denkt, dann waren diese Winkel eigentlich schon normal bei der Pro-Serie. Berghoch, bergrunter, 30 Grad. Teilweise auch durchaus mehr, was wir schießen mussten. So, jetzt seht ihr schon an dem Bild, dass sich ja die Länge entsprechend etwas ändert. Das heißt also, mein Frontstabby wird jetzt auch um den Winkel 30 Grad gekippt, der Heckstabby auch. Und ich bin mal davon ausgegangen, dass wir jetzt sagen, wir drehen den Bogen um die Buchse da, wo die beiden Stabys zusammengeschraubt entsprechend montiert wurden. Und aufgrund dieser 30 Grad, weil ja die Momentenwirkung immer ist, dass der Hebelarm immer senkrecht zur Gewichtskraft vorhanden sein muss, haben wir jetzt also eine Verkürzung unserer Stabby-Länge. Und wir kommen jetzt hier von dem Ausgangssetup, was wir immer noch stehen haben, kommen wir jetzt dazu, dass durch diese verkürzten Längen wir entsprechend eine etwas geringere Kopflastigkeit durch den Frontstabby haben und auch eine etwas geringere Hecklastigkeit durch den Heckstabby. Und in Summe sind wir aber noch bei 62,4 zu 72, ist immer noch alles kopflastig. Aber wir haben jetzt hier 13 Prozent weniger Kopflastigkeit vorhanden. Also wird etwas hecklastiger. Genau. Also je mehr ich den Winkel nach oben mache bei 30, 40 Grad, wird es noch ein bisschen mehr. Also je mehr ich nach oben gehe mit diesem Setup jetzt, wenn beide Stabys oben dran gebaut sind, wird der Bogen etwas weniger kopflastig. Aber nur 13 Prozent ist jetzt nicht so viel dabei. Nee, das geht eigentlich nicht. Ich denke, das kann man handeln. Genau, das kann man recht gut handeln. So, im Vergleich dazu haben wir ja gesehen, dass die Profis teilweise auch mal entsprechend andere Setups haben. Also wenn wir jetzt sagen, wir nehmen jetzt mal als Beispiel Elmas Bogen. Der Heckstabby ist etwas tiefer angeordnet. Und wir sagen jetzt mal, diese Höhe, die der Heckstabby tiefer ist, nehmen wir jetzt mal 7 Zoll. Das ist ungefähr so das, was bei meinem Bogen sein kann. Weil Elmas hat durchaus mehr als 7 Zoll dabei. Er hat schon fast 14 Zoll. Wir gehen jetzt mal von 7 Zoll aus als Beispielgröße. Und schauen uns mal an, was passiert jetzt, wenn wir diesen Bogen nehmen, auf 30 Grad weg hoch schießen. Die Länge, wir sehen es ja hier schon im Bild, die Länge verkürzt sich drastisch vom Heckstabby. Wir sind jetzt hier in der Rechnung, dass wir quasi von 36 Zoll sind wir auf 31 Zoll nur noch beim Frontstabby. Das ist ja geblieben. Aber der Heckstabby wird auf einmal jetzt von den 16 Zoll Ausgangsgröße auf nur noch knapp 10 Zoll Länge gerechnet. Das ist eine Menge. Ist schon ziemlich viel dabei. Und im Gesamtergebnis erkennen wir es hier eigentlich, haben wir schon einen Unterschied von 72 Kopflastigkeit auf 135 Kopflastigkeit. Also durchaus eine Zunahme von fast 90 Prozent, dass der Bogen mehr kopflastiger wird. Der Bogen also kopflastiger. Genau. Im Gegensatz zu dem anderen, wo der mehr ins Hecklastige geht. Je höher der Stabby... Er wird weniger, leicht weniger kopflastig. Ja, er wird weniger, genau. Je höher der Heckstabby liegt, desto weniger kopflastig wird er. Und je tiefer er kommt, dann erhöht sich die Kopflastigkeit. Genau. Wenn wir mal kurz seinen Bogen hernehmen. Man kann es sich auch relativ gut erklären. Also wenn ich jetzt hier im Grunde den Drehpunkt hernehme und hier weiter weg ich gehe, bin ich irgendwann mal an dem Punkt, dass sich bei dem Drehpunkt das Gewicht des Stabys genau unterhalb des Drehpunkts befindet. Und damit würde ja das Gewicht des Stabys hier unten gar keine Drehwirkung mehr haben auf den Schwerpunkt. Und dann habe ich nur noch einen Frontstabby, der nach oben steht und der macht dann halt diese größere Kopflastigkeit. Hier hätte ich jetzt quasi das System ausgeglichen, weil das Gewicht hinten ist ja im Grunde größer oder schwerer als das Gewicht des vorderen Stabys. Und ich habe ein System, was in beide Richtungen drehen möchte und somit ist der Bogen ausgeglichen. Aber je weiter ich nach oben den Bogen kippe, desto mehr habe ich halt die Sache, dass dieses Gewicht hier unten nahe an die Schwerpunktlinie kommt und deswegen halt keinen Einfluss mehr hat. Aber die Wirkung geht dann gegen Null quasi. Genau. Die Wirkung geht verloren im Grunde. Deswegen bei Berghochschüssen wird ein Bogen mehr kopflastiger. Und bei dem Setup jetzt hier 90 Prozent fast doppelt so große Kopflastigkeit. Die wir haben. Da muss ich glaube ich mal was probieren. Schon eine Menge. Ja, 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 doch. Das gibt mir jetzt echt zu denken. Ist schon eine Menge. Ja, wirklich. Jetzt ist die Frage, wie ist es denn genau andersrum? Das heißt also, wenn wir jetzt den Bogen mal nach unten schießen wollen. Das heißt, verdreht. Jetzt sehen wir hier, dass die Länge, weil der Stabby unten angeordnet ist, die Länge wird viel größer, weil wir ja jetzt nach unten schießen. Genau, hier dieser Bereich ist dann mit die Verlängerung noch. Genau, der Bereich kommt mit rein. Das heißt, aus unserem 16 Zoll Stabby machen wir jetzt quasi einen fast 18 Zoll Stabby. Wir nehmen jetzt den Weg ein bisschen zu. In der Rechnung kommen wir hinterher darauf, dass wir jetzt auf einmal von plus 72, also von der Kopflastigkeit her, weil wir ja positive Größe haben, auf minus 10,4 sind, also jetzt hecklastig werden. Und hier ist dann die entsprechende Differenz, sind wir so bei 100, 14 Prozent, dass der Bogen vom Kopf runter geht auf eine viel größere Hecklastigkeit. Das heißt also, wenn wir das jetzt betrachten von bergauf zu bergrunter, haben wir eine Differenz von fast 200 Prozent in der Wirkung. Gerade hatten wir Frontlastigkeit plus 87, fast 90. Genau. Hier sind wir jetzt, also kommen wir in der Spanne, wenn wir jetzt einmal durchpendeln, von plus 30 auf minus 30 Grad, auf eine Differenz von 200 Prozent. Genau. Kann man sich auch wieder überlegen, wenn wir jetzt den Bogen wieder hernehmen. Das heißt also, wenn wir jetzt quasi Extremfall, wir schießen nach oben, das Gewicht hier unten hat keinen Einfluss mehr, weil wir genau unterhalb des Schwerpunktes sind. Und wenn wir den Bogen jetzt umdrehen, dann erkennen wir eigentlich, wenn wir schießen, dass das Ganze schon fast für den Frontstabby gilt. Also wenn wir jetzt extrem steil nach unten schießen, hat der Heckstabby eine viel größere Wirkung. Und der Frontstabby hat eigentlich fast gar keine Wirkung mehr, weil der Hebelarm von meinem Drehpunkt bis dahin, wo das Gewicht des Frontstabby steht, eigentlich sehr kurz wird. Und der Abstand zum Heckstabby wird entsprechend sehr lang. In dem Fall schraube ich dann den Heckstabby ab. Das musst du selber entscheiden. Ja, ist klar. Aber wir sehen also vom Berghochschießen, der Bogen wird etwas mehr kopflastiger. Zum Bergrunterschießen, der Bogen wird stark hecklastig, wenn wir halt den Stabby ziemlich weit unten angeordnet haben. Und du hast bestimmt jetzt noch eine Folie, wo der Heckstabby weiter oben angeordnet ist. Ja, ich habe jetzt noch mal eine Zusammenfassung dabei. Also wenn wir, was wir gesagt haben, Stabby ist oben dran, dann ist es egal, ob wir berghoch oder bergrunterschießen, weil der Drehpunkt der gleiche ist. Das heißt, wir liegen jetzt hier bei plus 13,4, minus 13,4 Prozent an etwas mehr oder weniger Kopflastigkeit, also relativ kleiner Bereich, den wir da haben. Aber was wir gesehen haben in der Rechnung, wenn wir den Stabby ziemlich tief anordnen und viel Gewicht dran haben, plus 90 bis auf minus 114 Prozent. Also von einer viel größeren Kopflastigkeit auf eine viel größere Hecklastigkeit. Okay. Macht beim Schießen durchaus viel aus. Also ihr könnt ja mal selber ausprobieren. Geht mal auf den Platz, schießt geradeaus mit eurem Bogen, den ihr habt. Dann schraubt einmal den Heckstabby ab, schießt nochmal. Das wäre dann die übertriebene Kopflastigkeit. Und dann schraubt mal den Frontstabby ab und lasst den Heckstabby dran. Das wäre dann die übertriebene Hecklastigkeit. Ja, genau. Dann hat man es quasi in der Ebene simuliert. Genau. Das wäre die Simulation der Ebene. Für dieses System hier unten, sehr drastisch dargestellt. Für das System hier oben braucht ihr im Grunde nur ein oder zwei Scheiben vorne mal dran schrauben oder vorne weglassen. Also die Auswirkungen dabei sind für das System eher ein oder zwei Unzen vorne mehr, vorne weniger. Hier unten kann ich schon fast sagen, ich schraube den halben Stabby ab, um das nachzusimulieren dabei. Deswegen schon ein gravierender Unterschied dabei. Ja, also ihr seht, es gibt viel Raum für persönliche Experimente. Auch wenn viele Topschützen mit so einem System jetzt super Ergebnisse erzielen, ja auch im Feld. Andere bevorzugen andere Systeme. Also das ist dann wieder die Individualität, die da rein spielt. Es ist natürlich alles sehr individuell zu sehen. Also es ist nur ein plakatives Beispiel, wenn ich schon von vornherein einen Bogen habe, der leicht kopflastig ist. Vielleicht hat ja irgendjemand von euch einen Bogen, der ganz austariert ist. Dann können die Ergebnisse natürlich auch etwas schwanken. Aber deswegen einfach mal zu Hause nachrechnen, wenn ihr wollt. Dann seht ihr schon, wie viel Prozent sind die ganzen Abweichungen. Also es kann sein, dass das hier etwas größer wird in den Abweichungen. Kann auch ein bisschen kleiner werden. Hier unten das Gleiche. Es kann da auch mal größer, mal kleiner werden. Aber tendenziell sieht man eigentlich schon, wenn ich den Heckstabby weiter weg von meinem Drehpunkt des Bogens lege, dass sich dann da die Längen gravierend ändern und die Differenzen viel größer sind oder viel mehr Abweichungen vorn sind, als wenn beide Stabbys auf der gleichen Ebene angeordnet, angeschraubt sind am Bogen. Anders ausgedrückt, es ergibt sich immer ein unterschiedliches Gefühl, ob ich jetzt bergauf oder bergab schieße. Ich habe nicht immer das gleiche Gefühl für den Schuss, weil die Gewichtsverteilung eine andere ist. Und wahrscheinlich erfordert es noch mehr Training, um dann in jeder Situation gleich gut zu sein, wie wenn man es jetzt einfach hat, wo es sich bergauf und bergab gleich anfühlt. Also da ist sehr, sehr viel Feld für Experimente, die man da in der Abstimmung machen kann. Es ist auch vom Bogen abhängig, was Sinn macht, wie weit man den Stabby jetzt rauf oder runter positioniert, weil die Geometrie ist schon entscheidend. Wenn der jetzt sehr hecklassig ist, ohne Stabbys schießen, und der kommt mir mit dem oberen Kämmer entgegen, dann brauche ich ein bisschen mehr Last an der Front, um das auszugleichen. Aber nichtsdestotrotz, denke ich, ist dieser Grundsatz schon wichtiger, den man bei der Einstellung beachten sollte. Auf jeden Fall. Ja, alles individuell, aber hier mal einfach nur exemplarisch ein Beispiel herausgenommen. Ihr wisst jetzt, welches Gewicht wo wirkt, wie wirkt. Genau. Und der Vollständigkeit halber noch die Massenträgheit. Wir haben jetzt hier nur das Moment betrachtet. Wenn wir das Gleiche für die Massenträgheit machen, dann sieht man hier, wäre es im oberen Bereich plus minus 25 Prozent, eine andere Massenträgheit. Im unteren Bild plus 4 Prozent zu minus 53 Prozent. Also auch da, weil der Bogen halt sehr hecklastiger wird, ist die Massenträgheit eine völlig andere, als wenn ich jetzt im oberen Bereich bin, wo die Kopflastigkeit nur ein bisschen anders wird. Und Massenträgheit ist ja durchaus ein wichtiger Faktor, den man eigentlich immer bei der ganzen Rechnung vergisst, da man immer mehr auf das Moment ausgeht. Wenn wir eine Masse mal Hebel haben, ist einfach zu rechnen. Die Wirkung spüre ich direkt. Die Wirkung der Massenträgheit spüre ich nur, wenn ich weiß, wie sie ist und wenn ich darauf achte. Aber auch hier, die Abweichungen oder die Änderungen viel größer in dem unteren Beispiel, als in dem oberen Beispiel. Wobei ich nicht sagen möchte, dass jetzt alle den Heckstab ihn nach oben schrauben sollen. Nein, nein, nein. Ein einfaches Beispiel, um das zu erklären, wie die Wirkung darauf ist. Ist aber ein anderes Schießgefühl. Ist ein anderes Schießgefühl, das ist das Entscheidende dabei. Sehr wichtig. Das Schießgefühl ist halt entscheidend dabei. Im Grunde gilt, bei jeder Sportart das Gefühl, welches ich bei der Ausübung meines Sports habe, ist halt entscheidend, auch meine Leistungsfähigkeit. Genau. Und wie gut ich das Ganze eigentlich handeln kann. Genau. Wenn der Schuss sich gut anfühlt, habe ich ein gutes Gefühl, bin ich motivierter, ich habe eine bessere Rückmeldung, das Ganze. Es hat alles funktioniert, es war der richtige Ablauf, es hat alles top. Wenn ich halt einen schlechten Schuss mache, habe ich eine andere Rückmeldung und ich merke, es war ein schlechter Schuss. Und das Ganze fühlt sich halt in Summe auch entsprechend schlechter oder halt anders an. Und es geht immer darum, das beste Gefühl herauszufinden, weil dann das optimale System Sportler, Sportgerät auch zur Verfügung steht. Ich habe jetzt noch eine Sache mitgebracht, weil wir gerade gesprochen haben davon, das Gefühl beim Berghoch- und Bergrunterschießen. Also generell, technische Mechanik ist ja so ein bisschen mein Lehrgebiet, haben wir in der technischen Mechanik drei verschiedene Stabilitätsarten von Gewichtslagen. Wir haben jetzt einmal die stabile Lage, das heißt, diese Kugel oder eine Murmel in einer entsprechenden Vertiefung im Boden rollt da einfach rein und bleibt dann da liegen. Wenn ich die Murmel anstupse, dann rollt die wieder relativ schnell in ihre Ausgangslage, das System ist also sehr stabil. Eine Murmel auf dem Tisch, die kann ich anstupsen, die rollt ein bisschen, irgendwann kommt sie dann zum Stehen, aber sie kommt auf jeden Fall irgendwann zum Stehen. Oder die fällt runter. Ja, wenn sie weiterrollt, fällt sie runter. Wenn der Tisch lang genug ist, nehmen wir den Boden, der ist unendlich lang. Ja, die Erde ist so eine Scheibe, man kann nicht jeden über den Rand stupsen. Also eine indifferente Gleichgewichtslage, wenn ich die Kugel auf einer horizontalen Ebene anstupse, dann hört sie auch irgendwann auf zu rollen. Und die labile oder auch instabile Gleichgewichtslage, wenn ich eine Murmel auf einer Kuppe ausbalancieren möchte. Geht eigentlich fast nie gut. Und wenn ich es mal geschafft habe und ein kleiner Anstupser kommt, fällt die Murmel sofort wieder entsprechend runter. Deswegen stabil, indifferent oder labil bzw. instabil dabei. Und das Ganze können wir jetzt mal übertragen auf das, was wir gerade gesehen und gehört haben. Okay, da sehen wir jetzt, ob wir uns mit unserem Bogen in einem stabilen, indifferenten oder labilen System oder Moment befinden. Genau, ungefähr. Also ich mache es mal ganz exemplarisch. Wenn ich gerade ausschieße im Training, dann habe ich, weil der Stabi ja gerade steht und das Gewicht ist eher so auf der Höhe von meiner Hand, würde ich das Ganze zu einer indifferenten Lage betrachten. Weil wenn ich den Stabi anstupse, kann ich das ganze System relativ schnell wieder fangen und halte. Wenn ich jetzt berghoch schieße, 30 Grad, was wir gerade gesehen haben, ist es ja im Grunde fast ähnlich, als ob ich meinen Stabi auf der Hand balancieren muss. Ich muss also unten sehr viel arbeiten. Ich schaffe es sogar gar nicht mehr hier. Ich muss unten sehr viel arbeiten, um das Gewicht oben auszubalancieren. Ja, man muss. Man muss schon ein bisschen was tun dafür. Ist nicht so einfach. Je schwerer das Gewicht vorne und je länger der Hebel, desto schwieriger wird das Ganze. Das heißt also, wenn ich jetzt berghoch schieße, bin ich tendenziell in einer labilen oder instabilen Lage und muss deswegen diese Kopflastigkeit, die ja etwas zunimmt, mehr ausgleichen, indem ich unten dagegen mehr arbeite. Und je schwerer meine Kopflastigkeit oben ist, desto mehr muss ich unten tun, um dieses System auch in seiner labilen Stabilitätslage festzuhalten. Deswegen sind also Berghochschüsse immer vom Gefühl her etwas schwieriger und viel wackeliger als Schüsse, die geradeaus oder nach unten gehen. Ja, man rührt einfach vorne mehr rum. Genau, ich muss vorne mehr ausgleichen, um halt den Stabi quasi das Gewicht auf meiner Hand zu balancieren. Beste Beispiel Sandgrube, Müllenborn, da die 40 Grad oder was sind es fast auf 18 Meter. Ja, wenn ich vorne stehe, sogar noch ein bisschen mehr. Noch ein bisschen mehr, genau, sind es über 40. Und da geht es dann auf Bunnies und das ist so, ja, das Ding da ruhig zu bekommen. Man rührt schon sehr rum. Man rührt sehr rum, ja. Wie gesagt, Bogen ist kopflastiger und ich muss unten mehr machen, um das ganze System gerade zu halten, weil labile oder instabile Gewichtslagen. Und umgekehrt, wenn wir bergrunterschießen, kann ich auch mein Stabil so festhalten, übertrieben gesehen, wenn ich ganz steil senkrecht da unten schieße. Ich muss gar nicht viel machen, das System bleibt halt dabei, wenn ich es anstupse, ist es relativ schnell wieder ruhig. Also von daher, wenn die Kopflastigkeit auch nach unten gegeben ist und ich nach unten schieße, kann ich mein System einfach quasi unten hängen lassen, wenn man das so sagen möchte. Der Stabi zieht sich selber quasi zurecht und ich kann dann einen Bergrunterschuss viel einfacher gestalten als einen Berghochschuss. Deswegen hier nochmal im Vergleich dazu die drei Lagen, die man so grob einteilen kann. Geradeaus, indifferente Lage, berghoch die labile Stabilitätslage und bergrunter dann die stabile Stabilitätslage. Sollte man entsprechend beachten, wenn man jetzt Feld schießt oder 3D oder wie auch immer, wenn man ins Gelände geht und da ein bisschen schießen möchte, wie sollte ich mein System einstellen, damit ich denn da möglichst immer stabil bleibe und möglichst wenig im Ziel rumrühren und entsprechend gegenhalten muss, um auch wirklich die Mitte zu treffen. Die Zusammenfassung. Die Zusammenfassung dabei, was wir sagen. Also wir hatten gesagt, die drei Phasen des Schussablaufs. Erste Phase, ins Ziel kommen. Zweite Phase, ruhig im Ziel bleiben. Und dritte Phase dann, Schwingungsdämpfung, wenn der Bogen mal in der Hand ein bisschen tritt oder wenn das Feedback nicht ganz so ruhig ist, was wir haben. Das ist die Phase, wo Nachhalten angesagt ist. Genau. Lage des Schwerpunkts am Bogen. Wir haben gesehen, es gibt drei Beispiele. Schwerpunkt unterhalb, Schwerpunkt überhalb oder Schwerpunkt genau da, wo ich in den Bogen hineingreife. Sinnvollerweise sollte der Schwerpunkt genau an meiner Hand liegen. Das heißt also, wenn ich den Bogen mal beim Schießen nach vorne drücke, weil es dynamisches Schießen ist, der Bogen nach vorne geht, sollte der ganze Bogen nach vorne gehen und nicht nach oben oder nach unten kippen. Deswegen den Schwerpunkt ruhig so hinsetzen mit der Anortung der Stabbis, ob geknickt, winkelig nach vorne, unten oder den Heckstabby nach unten oder nach oben gesetzt. Der Schwerpunkt sollte da sein, wo ich mit der Hand in das Griffstück hineindrücke. Okay. Ansonsten Moment, Massenträgheit haben wir uns unterhalten. Also Gesamtgewicht ist der erste Faktor. Zweite Faktor, die Momentenwirkung, kopflastiger Bogen, hecklastiger Bogen und dritter Wert, der sich daraus ergibt entsprechend. Ich sollte mit langen Stabbis schießen, um halt ein höheres Massenträgheitsmoment zu erreichen, um damit dann den Bogen ruhiger im Ziel halten zu können in der zweiten Phase. Ja, und als Anordnung, was wir hatten, berghoch, bergrunterschießen, 13 Prozent im Vergleich zu 90 Prozent, wenn ich den Heckstabby oben oder unten anordne. Auch das entsprechend zu berücksichtigen. Und am Ende, was wir gerade hatten, Gleichgewichtslage, wenn ich berghoch schieße, sollte ich mir im Vorfeld, oder sollte ich im Vorfeld wissen, beim Berghoch schießen, bin ich eher in einer labilen oder instabilen Stabilitätslage. Der Bogen ist sehr kopflastig, ich muss unten mehr machen, um den Bogen ruhig zu halten. Wenn ich bergrunterschieße, ist es gefühlt einfacher, weil ich eher in der stabilen Lage bin von unserem Gesamtgewicht. Ja, ich denke, da habt ihr und ich auch jetzt viel Futter zum Nachdenken und Ausprobieren. Das hoffe ich. Ja, das waren jetzt eine Menge Holzern-Informationen. 50 Minuten geballte Infos über Stabilisation, wie man am besten was einstellt. Und ich denke, damit habt ihr genug Infos, um euer System auf euch und auf euren Einsatzbereich richtig einzustellen, zu optimieren. Und denkt dran, es kommt immer darauf an, wie fühlt ihr euch dabei, wo setzt ihr das ein, nur in der Ebene oder halt auch im Gelände, wo es rauf und runter geht. Das kann dann unterschiedliche Abstimmungen erfordern. Mich hat das Ganze zum Nachdenken gebracht, dass ich doch was verändern werde. Ich habe mein System umgebaut. Ihr seht, der Heckstabby ist nach oben gewandert. Ihr erinnert euch, im Video war er unten montiert. Ich werde das jetzt hier so ein paar Tage ausprobieren. Ein, zwei Tage war ich hinter mir. Ich kann euch so viel verraten. Es fühlt sich anders an, definitiv. Ob es jetzt besser oder schlechter ist, das werden die nächsten Wochen zeigen. Ich lasse mir Zeit dafür, um mich dran zu gewöhnen, um die Pros und Cons rauszufinden. Und das werde ich euch dann in einem weiteren Video mitteilen. Ich denke, Christian wird dann auch wieder an Bord sein. Und wir können uns dann auf weitere Informationen freuen. Das war's für dieses Mal. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Ich freue mich natürlich über ein Like. Ihr dürft auch gerne ein Abo dalassen. Wenn ihr Fragen zu der ganzen Thematik habt, schreibt es unten in die Kommentare rein. Wenn ihr andere Ideen und Ansätze habt, auch das dürft ihr gerne unter das Video schreiben. Da haben wir dann alle was von und können uns gemeinsam weiter verbessern. Gut, das war's für heute. Ich wünsche euch viel Spaß beim Testen und Optimieren der Stabilisation. Macht's gut! Ich wünsche euch viel Spaß beim Testen und Optimieren. Ich wünsche euch viel Spaß beim Testen und Optimieren! Untertitelung des ZDF, 2020